Mann, wo ist denn jetzt Max? Ach, du bist Max. Mann, wo ist denn Maurice? Schade! Er geht durch, ja. Er geht nicht. Wir müssen jetzt auf ihn warten. Ja, guck mal, was da ist. Mach mal. Lauf! Oh, wir laufen! Und nach außen! Oh, guck mal! Was ist das für ein fettes Fisch? Die Mucke, Alter! Alter, jetzt geht's los! Was? Digga! Geh doch zu den Vieh! Das ist ein Exit! Lauf doch ein! Die Mucke! Hallo, Lotte! Bleibt mal rum! Macht mal auf jetzt! Fisst euch, Digga! Mach auf! Mach auf! Gleich weg! Mach auf hier! Mach auf! Ich will rinnen! Mann! Du geh gleich zur Tür! Mach doch jetzt auf, Mann! Jetzt kommt doch! Mach doch! Ist das jetzt auf, oder? Ja, los! Oah! Oah! Ja, wir laufen! Nein! Was ist das hier denn? Ich hab Arsch war schon leer! Wahrscheinlich noch die Heizung. Oder? Muss doch! Mann, jetzt! Macht doch! Ich mach doch schon! Mach doch jetzt! Lauf, lauf! Wie ist alles übersteuert, Alter? Lauf doch jetzt, Mann! Unfähiges Stück, Alter! Jetzt lauf! Lauf! Wo ist es, Mann? Weiß ich nicht! Ey, fucking hell, wo bin ich? Das war doch gar nicht so schwer! Könnt man mich jetzt noch zweimal? Gerade nicht! Bin ich wieder zweimal da? Gerade nicht, alles gut! Nicht? Okay! Ich seh jetzt! Sieh zu! Fucker! Geiler Fahrschluss! Rein, ey! Rein in den Stammbaum! Ja, jetzt doch! Bedrückende Musik! Leute, das ist wieder so kackiert! Was ist da denn für ein Viecher am Fenster? Wo seid ihr denn? Oh, da kommt ein Viech! Da kommt ein Viech! Da ist ein Viech im Flur! Oh, da kommt ein Viech im Flur! Was ist das, Alter? Du lebst, Alter? Ne, ne, ne! Ja, ja! Ja? Doch! Bist du eigentlich im Discord gemutet, oder nicht? Ich bin im Discord gemutet! Ja! Das ist gut! Also lebst du noch da! So, jetzt durchschauen, oder? Oh, Kurwa! Guten Abend! Ah! Lauf! 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 Ah, shit! Ist da hinten! Wieso läufst du denn zu mir? Kleine Mixer, Alter! Wo soll ich sonst hin? Ja, aber dann sind 30 andere Türen! Moin! Bist du tot, oder? Mach mal auf! Moin! Oh, da ist es! Ja, geil! Warte mal, ich guck mal eben beim Fernseher! Ja, aber wisst nicht, was wir damit tun sollen! Sie können sich mit einem Gegenstand in der Hand verdienen! Das hatte ich gerade im Aufstand! Ach so, ich muss die Hände frei nehmen! Jetzt! Schnell! Komm runter! Ja, macht das nicht Spaß! Ich seh nix! Ich auch nicht! Das kommt, das kommt! Weg, 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 weg! Es kommt! Bruh! Oh! Jetzt steht das da so random rum, Alter! Vor dem Fernseher! Das ist, äh... Fack das nicht da? Ne! Brudi, was geht denn? 6,5 Stunden später! So, ansonsten, das Wochenende war heute richtig geil! Ich hab noch ein kleines Upgrade für... Foto! Dann haben wir noch so ein kleines Vibe-Tour gemacht! Das war echt geil! Mit Sonne, schön frische Luft! Und dann mal eine kleine Rundtour gemacht zum Testen! Das war echt geil! Ja, ist nicht gut! Dann haben wir noch ein kleines Burger gefuttert, gerade selbst gemacht! Der war auch göttlich! Schön mit Spiegelei rum drauf! Boah! Der war fett, Alter! Der war richtig geil! Der war richtig geil! Schiebt auch ganz anders, aber... Sssst! Boah, Schwanz! Was für einen fetten Arsch! Boah, ey! Geil! Hier links ist auch noch was, oder? Ist da links was? Geh mal gucken! Geh mal gucken! Ist da links was? Geh mal gucken! Geh mal gucken! Ist da links was? Geh mal gucken! Geh mal gucken! Auch Gaas wird eine neue Pause auf Amazon See! Geh mal gucken! Geh mal gucken! Geh mal gucken! Geh mal gucken! Geh jeh... Geh mal gucken! Geh in mein Name hat?! Geh! Ich sag ein Ich wollte euch mal eine Weile richtig Ich wollte euch mal einen erzählen Alter, damit ihr auch mal richtig versteht Das geht Ey Nein Mein Maurice wollte ja Unbedingt, dass ich Zweimal Und Und Was sagt Nein Ich Schmerzen Wir Ich 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 Auuuun Maaan Was thick? Kahrina Kahrina Aber geißel. Und jetzt... Und jetzt... Einfach geradeaus. Ich kann nicht rehen. Du fett bist, Alter. Jaaaaa. Es ist Peter Heel hier mit Hackfleisch. Alter. Alter, ich krieg die noch. Ich krieg auch Plattdeutsch. Ich krieg hier noch Plattdeutsch, Alter. Ich krieg noch Plattdeutsch. Oh, ich seh nicht. Hat jemand noch einen Sprengkopf? Ja, ja, ich hau rein. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, Mann, ey. Scheiße. So eine Rotze, Alter. Nein. 7,99 fürs Abfacken bezahlen, Alter. Heil die Fresse. Aldi kommt vor. Lauf. Jetzt lauf doch, Mann. Du musst noch mal W loslassen und noch mal W drücken. Oh, ja. Hör auf jetzt. Hier, so, hier. Oh, Alter, Schuppe Kruchmann. Aber warte mal, bleibt mal hier stehen. Bleib ich stehen. Dass einer durchläuft, weil so kommen die nicht. Erst wenn alle durchlaufen. Das war ein teuer Arsch da oben. Ja, geil. Bis jetzt. Worin? Was denn? So. Ja, Küche. Das sind die alle Teeren. Gehen da unter den Tisch daheim. Ja, er rennt ja auch nicht. Alter. Bei den Vorrenzen. Ich fress gleich nen Bike, Alter. Geil. Die Lachtviecher. Dauert nur 30 Mal länger. Okay, wo lang? Die kommen hinter uns. Was so, Alter, doch. Halt's auf, die exkürzliche Viecher da sind. Alter, lauf. Gehen sprint. Er spinnt. Warte. Halt's auf, die exkürzliche Viecher da sind. Gehen um mir, Alter. Ach, der hat's noch geschafft, oder was? Ja. Hä? Warte? Rechts. Mach doch weiter, Junge. Alter, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hab doch gedrückt. Mann. Alter. Hat's, hat's, hat's geklappt? Hat's geklappt, oder? Ich glaub ja. Ja. Es hat geklappt, hier oben. Geil. Hat geklappt, perfekt. Ja, ich kann gar nichts hinladen, Alter. Kommt ihr jetzt auch mal, oder? Na mal ruhig. War allein, ne? Alles Glück, ey. Alter, wo? Ich wollte's grad sagen, wenn du noch einen Schritt zurück gehst, fällst du runter. Das kann nicht wahr sein, Mann. Was? Nee, der ist runtergefallen. Jetzt fack doch hoch, Alter. Wir airdrop, ja, wir haben's geschafft. Geil Glückwunsch. Oh, Backlabs. Haben wir durchgespielt, Alter. Jetzt sind's. Eier. Was, das, 84p, oder was, Alter? Nicht mal. Geil. Ja. Dankeschön. Und so. Das ganze, die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Und sonst, Alter. Was kannst du denn? Ja, geil. Und, Alter. Vielen Dank. Whoo. Untertitelung des ZDF, 2020